Sir Ian Holm, der Darsteller des Bilbo Beutlin aus der Fantasy-Trilogie Herr der Ringe, ist gestorben. Er wurde 88 Jahre alt. Holm wurde 1931 in Essex geboren, 1960 wurde er Teil der Royal Shakespeare Company, mit der er große Erfolge feierte. Seine Rollen in Henry V und in The Homecoming wurden mit einem Tony Award ausgezeichnet. Wegen seiner Verdienste wurde er 1998 von der Queen zum Ritter geschlagen. Der britische Schauspieler, der auch durch seine Rolle als der Android Ash in dem Science-Fiction-Thriller Alien bekannt war, litt an einer Parkinson-Erkrankung. Nach Angaben der britischen Tageszeitung The Guardian ist Sir Ian friedlich im Krankenhaus in London im Beisein seiner Pfleger und Familie gestorben.